Hallo die Fresse Flieg mal ein wenig schneller Ich hoffe dir ein besseres Raum surf Ja richtig, in dem Spiel gibt es ja nur Hallo, das Spiel steht, sehr schön Hoffentlich wirst du wirklich asynchron Wenn ich so richtig keinen Spaß habe beim Videoschauen Boah, ich will doch bloß hier in Ruhe durchfliegen Naja, je mehr hier kommen, desto viel ich werde Wenn ich sie später an anderen Gegner töten Oh, leck mich so langsam am Arsch Leck mich am Arsch Warum hat man 10 getötet, warum 20 neue Hey, es ist abgestürzt Hat man noch nie Geht bald die SAS-Memission aus Ich glaube, er hat ja schon 3,5 mitgenommen Knapp Ach, leck mich doch so langsam am Arsch Ich muss doch auch irgendwann mal ausgehen Gut, damit haben wir schon mal ein Drittel der Gegner weg Noch mehr Munition für eine Waffe, die ich nicht habe Ist es nicht toll? Ach, naja, sag mal ein Viertel Nicht ein Drittel Also schon wieder irgendwo irgendwas gespawnt Ich wäre froh, wenn du mir nicht zurückschießen könntest Kannst du aber leider Nicht sehr nett Ach, wenigstens sind es hier nicht wieder 240 Gegner Wenn man wieder ewig nicht tot bekommt Aber dafür sehe ich schon wieder so scheiß Schlangen Was haben die Raketen? Was verbrachte das? Hey, Raketen Ah, ist nichts Neues gespawnt Gut Nein, will ich da? Oder kann, wie geht's da? Will ich das wissen? Nein Das kannst du nicht ausweiten Ich aber auch nicht Na, ich hab's tot bekommen, ohne zu sterben Ich bin Gott Ich bin besser als Gott Halt, nein, Moment Ich bin besser als etwas, das nicht existiert Ein schlechtes Argument Ah, lass mich da durch Und ruhig Ich muss mich im Auge kratzen So lief ich Feuer, 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 Feuer Feuer, 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 Feuer Obst du dein Leben gefallen Feuer, 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 Feuer Nein, es hat mich nicht getroffen Das ist eine Lüge Der Treffer ist eine Lüge Es lügt, dieses Spiel Irgendwann drückt mir dieses Spiel auch voll auf Wahrscheinlich, weil sie den Finius vorgeschlagen hat Das ist ja immer scheiße, wenn die Finius vorgeschlagen Oder weil es ständig abstürzt Das ist es, glaube ich, eher Uhu, 34 Naja, zieh mir noch ein paar ab Die ich durch Secrets und so nicht abschieße Bin ich jetzt bald bei einem Bald Toll Auch noch so ein Ding Hey, warum denn nicht Wir hatten erst eins Die machen eh saumäßig Spaß Den zielsuchenden Waffen Ich habe da gerade so eine Theorie Eine theoretische Theorie Ich nehme noch eine Munition mit Ich dachte, ich hätte es schon mitgenommen Stammrecht B auf Wie gesagt, der Dämon wird davon ein No-Death-Speed-Run machen Total Mayhem Ohne einmal zu sterben Ohne zu laden Alles kein Ding hat er gemeint Der schießt zeitlich Na klar Vor allem auf den Fleischklopft hat er gemeint Schafft er, ohne ein Leben zu verlieren Ohne Leben verlieren natürlich Will er auch machen Ja, ja Schon klar Was immer du das sagst Spiel wird schon passen Ja, er hat gemeint Das ist kein Ding für ihn Mach den mit links Hat er gemeint Hör halt auf, dich zu bewegen Ey, verfuckt bitte sich hier auch Ah, fuck Mann Lass mich halt erst mal ein Stück rein fliegen Jetzt schüttet der Dreck schon wieder ab Letztes Speicherstand Wieso müssen auch so viele von den Scheiß-Dreck-Dingern So, nein Das war doch am Anfang auch nicht Es gab keinen Grund, das zu ändern Tschüss Oh, nein Instant-Death-Killer-Ding Moment, wenn ich nicht auf ihn schieße Schieß er nicht auf mich Das ist, glaube ich, so meine Theorie im Moment Das heißt, ich kann ja einfach weiterfliegen Einfach durch, weiterfliegen Sehr gut Na ja, mehr oder weniger Ah ja, ich hab mich auch nicht Es ist echt schwierig Einfach weiterfliegen So, jetzt bin ich hier Wo ich nicht hin will Alles klar, das ist ein Scheiß-Laser-Drecks-Ding Nee, Moment, Laser? Das war doch eine andere Waffe, oder? Ha, tatsächlich Die ich allerdings noch weniger auswählen kann Als zum Scheiß-Trends Nee, nicht Transpuls Äh, Lightning Was weiß ich Turm Irgendwas, das mich nicht total anpisst Und scheiße ist Irgendwas, das ich vielleicht auch killen kann Mit meinem primitiven Schrott-Eimer Den sich Raumschiff nennt Oder Bike Oder Was weiß ich, wie sie das nennt Schrott-Eimer Primitiver Was passiert, wenn ich da oben reinfliege? Ah, das passiert dann auch Ah, das spawnt noch mehr Habe ich denn richtig gesehen? Ich will noch bloß die Raketen haben Okay, ich will die Raketen nicht haben Aber ich will ihn da hinten mal töten Komm her Nein, tue ich nicht Habe ich das ganze Spiel über nicht Und ich werde jetzt nicht damit anfangen Ist da irgendwo ein Turmsatz noch gewesen? Das ist aber eh nicht Ich will noch bloß die Raketen haben Ah, ich Ja, ja Leck mich Leck mich Ja, klar Sowieso und überhaupt Und sowieso, glaube ich Ich will doch nur die Raketen haben Hey, ich will nur die Raketen Dann haben sie scheiße Leck mich Können eure Raketen behalten Moment Ja, genau Warum denn nicht? Wie komme ich da wieder runter? Mit Nitro Ach ja, genau Ich komme ja nicht mehr hoch Ich will diese scheiße Raketen haben Ah, stürze ab Ja, schreckt Ich finde dich auch scheiße Ich lösche die auch gleich Sobald ich durch bin Mit dem Display Ich werde nie wieder das installieren Oh, das Button aktiviert Wie ein Das Altar ist Move Tschüss Ach, ich kann nicht tiefer Ja, toll Welcher Altar denn jetzt Wahrscheinlich der da hinten Wo beim Laser ist Ja, toll Ah Beim Lacker Schön brav sterben Und lasst mich in Ruhe Raketen wollte ich noch Aufheben Wird vielleicht ganz Nichtig sein Wenn da irgendwo Transpuls-Streck-Scheiße kommt So, ich speichere mal ab Weil ich weiß ja nicht Was nach dem Flieger noch kommt Wahrscheinlich wieder irgendwie Transpuls-Scheiße Kann ich einfach den Altar hier bewegen Und scheint nicht der Altar zu sein Den sie meinen Moment, wo spawnt das Transpuls-Streckste Stürzt das doch mal ab Nein Immunität gegen Schaden Das ist einfach der Wahnsinn So Fertig, aus Oh, es hat noch eins abgeschossen Ah, es ist noch eins Och, nö Otter Sag nicht, dass es da zwei spawnen Hä, es war doch nur eins Oder was jetzt Nochmal Hä, fick dich Habe ich da eins mehr getötet Ja, toll Toll, dann Oh ja, wunderbar Herrlich Super, da spawnen einfach noch ein zweiter Das ist ja schön Finde ich persönlich sogar Okay, noch ein Versuch Das Ding ich einfach mal verrecken kann Das nervt Oh Mann Du mich auch Er spawnet echt noch eins Wunderbar Als ob eins nicht schon beschissen genug wäre Ne, wir brauchen ja noch ein zweiter Das ist eindeutig Nicht rauskommen Bleib unten Das ist rassistisch Ey, das ist doch rassistisch Dass du da drauf kommst Das dürftest du gar nicht können Ich bin hier raus Da ging es raus Es kommt, es kommt Es wird mich töten Wenn es mich erwischt Ich hasse diese Dinge Warum kann ich nicht so ein Ding fliegen Warum kann ich nicht endlich mal eine Version rauskommen Die nicht ständig abstürzt Hä? Das wäre doch mal eine schöne Sache Ja, genau Warum denn nicht? Das Spiel steht Ich hätte es jetzt gerne mal Dass du sterben Tust Hallo Verarscht mich Ach, komm schon Na komm Ja, genau Genau Schon klar Glaubst du fort? Ach, leck mich Ach, leck mich Ja, ja So, weiter zurück Mal die Waffe wechseln Hoffen irgendwas Das mehr Schaden macht Wenn ich eine Waffe hätte Die Schaden machen würde Aber ich habe nur den letzten Dreck Man finde ich in dem Spiel mal eine richtige Waffe Flammenwerfer zum Beispiel Der war nicht schlecht Toll, wie soll ich das töten? Noch weiter zurück Kann ich bald nimmer Wann immer ich es treffen kann Kann es mich auch treffen Aber ich befürchte, dass es am Schluss wieder ein Endboss auf mich zukommt Weg da, du scheiß Dreck Nix da Soll das jetzt heißen? Wie soll ich das wieder bekämpfen? Mit nichts! Kannst du dich einfach selbst töten? Ja, genau Fick dich Ich hasse diese Spiel Jetzt wieder abhauen, oder was? Hör auf, seitlich zu schießen Scheiß Aim-Border Ich kann mich gar nicht so schnell drehen Wie das Ding im Kreis liegt Hättest du jetzt mal die Güte zu sterben? Endlich Pool of Life is active Was? Och, fick dich Ich habe mich noch gar nicht beschossen Fick dich einfach nur Fick dich Aber so richtig Aber so richtig Man, 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 man Pool of Life ist hier noch ein Pool of Life irgendwo Ist das ein Pool of Life? Nein, das ist nur gläserne Wand Gläserne Wand, ja Decke, Wand, so alles dasselbe So, jetzt will ich erstmal mal drunter schauen Ob da noch irgendwas ist Ich meine, außer diesen Typen, der auf mich schießt Noch ein Typen, der auf mich schießt Ist doch mal eine angenehme Sache, oder? Oh, jetzt stirbst du bitte mal Was willst du? Sprich Deutsch mit mir Das war's Wofür bin ich jetzt da runter geflogen? Für mich? Ach, steckst du in den Arsch Arschloch Fällt mir auch Ich schütze von den Kleinigkeiten nach Testen Ne, passt alles gut Hoffe ich mal Wenn nicht Er wird's schon merken Oder nicht Also Kann ich mich jetzt aktivieren? Nein Wenn's Altar ist Move it Welcher Altar? Na mir ist Ich hab dich doch gar nicht angegriffen Was willst du jetzt von mir? Piss dich Jetzt bin ich hier fälligst in Frieden Ich hab's ja auch gar nichts getan Ja, vielleicht muss ich das Vieh noch töten Oder sowas Geht aber weg Ja, ich glaub ich muss es töten Es verfolgt mich auch Wenn einem irgendwas verfolgt Dann muss man sich immer töten Aber vorher muss ich noch was anderes machen Und zwar muss ich Was? Okay Was auch immer Okay, da wird jetzt nicht gerechnet 3, 2, 1 Zieht ja Schön Das nächste Mal gibt's sie mir Och nein Ich hau' ich hau' erst mal ab Ich wollte den Ausgang nicht finden Auf Will mein Schild doch nur wieder auffüllen Zieht ja Äh Zieht ja Gegen mich ist die effizient Gegen den Feind gleich nur Sorry Jungs Ich muss jetzt mal weiter Ich würde ja gerne noch weiter mit euch diskutieren Aber Ich muss erst mal hier Baden Ihr wisst schon Pool of Life Ist da hinten noch ein Gegner vielleicht Ne, hier ist nichts Okay Äh, ja Naja, ist eh nur ne Muck Mir trifft man eh nichts Deaktiviert es sich wieder Wenn ich da runterfliege Ja, dann deaktiviert es sich wieder Okay Okay